In einem Wald in Elsterheide feierten bis zu 1500 Musikfans gekommen, waren sie mit bis zu 600 Fahrzeugen. Gleich 15 Bühnen wurden illegal aufgebaut und merken sollte, dass die Polizei eigentlich nicht. Doch weil die Anwohner in der Nähe von den Leuten ist gestört fühlen, alarmiert die sich auf dem Shooter. Anwohner in der Nähe von den Leuten ist gestört fühlen, alarmiert die sich auf dem Shooter. Ein Großaufgebot wird getan, um die nicht angemeldete Veranstaltung aufzulösen. Oh Alter, guck mal, was ist jetzt so? Jetzt holen Sie Ihre Schüter aus. Wir sind noch friedlich, warum wollen wir uns verprügeln? Während eines Geranges wurde ein Polizist von einem Nutsch vom Attengarten gestoßen. Von einem Nutsch vom Attengarten gestoßen. Wir kommen ein, wir haben uns nicht recht und wir nehmen uns noch nicht was weg. Wenn wir jetzt Party feiern, wir lassen uns nicht direkt die Grundlage, das ist nicht aber nicht die Wartgelände. Wir kommen ein, 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 wir